Power Day im Sportrock Zwillisau am Samstag 22. August Ab den 1.00 Uhr gibt es 5 Trainings zeitlich. Crossfit-Wettkampf, Bodybuilding-Workshop, Biken, Group Fitness, Marathon, Laufschulung mit Lauftraining. Tickets gibt es für 25 Franken, inklusive Geschenke und Green-Party auf der Sommer-Fitness-Terrasse mit allen Coachen und Teilnehmern. Praktisch, der Kinderhort ist vom 12.00 Uhr bis am 6.00 Uhr offen. Halt ihr jetzt dein Ticket an der Fitness-Bar im Sportrock Fitness Zwillisau. Untertitelung des ZDF für funk, 2017